warum muss man immer die eine zeit für die andere austauschen entweder zeit für das malen die kunst oder zeit für die familie warum kann es nicht beides gleichzeitig sein heute also zeit für die familie zeit und miteinander was zu unternehmen auszugehen trotzdem zu chillen und was gemeinsam zu unternehmen eigentlich wäre es so schön wenn alles gleichzeitig möglich wäre wenn es keine entscheidung wäre sondern ein nebeneinander ein miteinander so 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 Untertitelung des ZDF, 2020